Hallo Freunde, willkommen auf dem Perfect Top Kanal, den Kanal, den ihr verfolgen solltet, um über die neuesten Amazon-Neuheiten informiert zu sein. Wenn ihr den Kindle-E-Book-Reader eurer Träume finden wollt, seid ihr hier genau richtig. Heute geht es wieder los mit einem neuen Hightech Top 5. Diesmal mit den 5 besten Kindle-E-Readern des Jahres 2023. Bereit? Dann abonniert den Kanal, um keines unserer neuesten Videos zu verpassen. Los geht's mit dem Video. Viel Spaß! Unser erstes Modell kostet 170 Euro. Es kann tausende von Büchern mit seinen 16 GB speichern, was eine enorme Platzersparnis bedeutet. Während ihrer Reisen können sie somit leicht reisen, indem sie alle ihre Lieblingsbücher auf demselben Gerät haben. Dieser E-Book-Reader hat ein 6,8 Zoll Bildschirm mit 300 ppi, der blendfrei und hell ist. So können sie sogar bei direkter Sonneinstrahlung lesen. Beachten sie auch, dass die Beleuchtung darauf ausgelegt ist, ihre Augen zu schützen und sie nicht zu ermüden. Schlank und leicht ist er überall leicht mit hinzunehmen, sei es in ihrer Tasche oder in ihrem Koffer. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 10 Wochen. Darüber hinaus ist er wasserdicht. In Süßwasser bis zu 2 Meter Tiefe für 60 Minuten, in Meerwasser bis zu 0,2 Meter Tiefe für 3 Minuten. Sie können ihn also überall verwenden, am Strand oder im Pool. Für 450 Euro bietet unser zweites Modell ganze 64 GB. Der Vorteil dieses Geräts besteht darin, dass er nicht nur ein E-Book-Reader ist, sondern auch ein Notizbuch und es ist sogar möglich Skizzen anzufertigen. Der 10,2 Zoll Bildschirm mit papierähnlicher Wirkung ist blendfrei und hat 300 ppi. Darüber hinaus ist sehr hochauflösend und hat eine sehr gute Beleuchtung, die es ihnen ermöglicht sowohl tagsüber als auch nachts zu lesen, während ihre Augen geschützt werden. Dieser E-Book-Reader wird mit einem Stift geliefert, der die Verwendung erleichtert und komfortabler macht. Mit ihm können sie problemlos Notizen an ihre Bücher machen und ihre Notizen werden automatisch nach dem Buch an einem Ort organisiert. Auf diese Weise haben sie einen guten Überblick über ihre Notizen. Es ist auch möglich, die Schriftgröße und den Randbereich einzustellen. Darüber hinaus kann er mit Microsoft 365 verbunden werden, sodass sie Microsoft Word direkt auf ihrem E-Reader haben können. Auf diese Weise befinden sich alle ihre Notizen an einem Ort und sie können Dokumente problemlos per E-Mail exportieren. Die Akkulaufzeit beträgt mehrere Monate, für das Lesen und mehrere Wochen für das Schreiben. Für 280 Euro bietet dieser E-Reader 32 GB und ein 7 Zoll Bildschirm mit 300 ppi. Die Helligkeit und die Beleuchtung sind einstellbar, sodass sie ihr Gerät zu jeder Tageszeit genießen können, während ihre Augen geschützt sind und sie bequem ohne Sorgen um die Außenhelligkeit lesen können. Er spart Platz und ermöglicht es ihnen, ihre Lesezeit zu verlängern, indem sie ihren E-Book-Reader überall mit hinnehmen können. Er ist wasserdicht, schlank und leicht, sodass sie ihn überall mit hinnehmen können, ohne Angst zu haben, ihn zu beschädigen. Ergonomisch und einfach zu bedienen, bietet er ihnen ein sehr gutes Leserlebnis. Unser viertes Modell kostet 190 Euro und hat 32 GB. Es verfügt über mehrere interessante Funktionen wie kabelloses Laden und automatische Lichtanpassung. Kabelloses Laden kann besonders nützlich sein, wenn sie oft unterwegs sind. Wie bei den anderen Modellen hat es einen gländfreien Bildschirm mit 300 ppi, der es ihnen ermöglicht, selbst bei hellem Licht zu lesen, wobei Helligkeit und Farbton einstellbar sind. Es hat eine Akkulaufzeit von 10 Wochen und ist wasserdicht. Unser letztes Modell kostet 110 Euro. Dieser E-Book-Reader ist das leichteste und kompakteste Gerät dieser Liste. Sein hochauflösender 300 ppi Bildschirm ist gländfrei und liest sich wie eine echte gedruckte Seite. Natürlich ist die Beleuchtung einstellbar und er verfügt auch über einen interessanten Dunkelmodus, besonders um ihre Augen vor Ermüdung zu schützen. Die Akkulaufzeit beträgt sechs Wochen und die Speicherkapazität 16 GB. Sie können also hunderte von Büchern lesen und auf Millionen von Titeln zugreifen, darunter mehr als 35.000 auf Französisch. Das nachhaltige Modell besteht zu 30 bis 75 Prozent aus recyceltem Kunststoff. So Freunde, das war's mit unserer Top 5. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht auf den Daumen nach oben zu klicken und den Kanal zu abonnieren. Die Links zu den einzelnen Produkten sind in der Beschreibung unten. Bis zum nächsten Mal für ein neuer Hightech Top 5. Ciao, ciao!